ja hallo liebe wir sind hier in world of warcraft kataklysm classic in der version 440 sind bei unseren icc quest also nordend in der eiskrone hier bei agentum vorhut bei kreuzfahrer dalforce mit der quest die vorhut verteidigen kreuzfahrer dalforce von der agentum vorhut in eiskrone hat euch gebeten 15 der vergessenen tiefen zu töten wir bekommen vier items am meisten wert hat der zauberstab dann 6 gold 80 und 34.560 xp wir nehmen die quest an europa weit und breit sind hier so aber wir nehmen hier also 15 stück weg mauscheln so 15 also noch zehn stück so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt fehlen noch 5 Noch 3 Einer noch So, damit haben wir 15 von 15 B Sieg Und wir gehen zurück zu Kreuzfahrer Dalfors Und den Zauberstab, dann das Gold, dann die XP Und die Vorhut verteidigen ist damit beendet Ich bedanke mich fürs Zuschauen Schaltet gerne wieder ein Lasst gerne Like und Abo da Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal Ist verlinkt im YouTube-Kanal Und damit bis zum nächsten Mal Ciao Ciao